Sie hat sich entschieden und ihr solltet stolz auf sie sein. Stolz? Die Hure hat sich an... Scheiße, die Hälfte! Wo ist die Polizei? Was ist dein Problem, Fotze? Das hier geht sich nichts an. Noch so eine Konzernratte? Ist dir das Maul abge... Was machst du denn da? Das wird nun eine Liebe sein. Amen. Amen. Amen.